Wofür arbeiten wir tagtäglich? Sicher ist, am Ende des Tages soll alles in einem sinnvollen Zusammenhang stehen. Für die Firma, für uns selbst und für die Familie. Eine umfassende Planung Ihrer Finanzen bedeutet Sicherheit und Entlastung, weil Ihre ganz persönlichen Anforderungen berücksichtigt werden. So gewinnen Sie mehr Zeit für das, was Ihnen wirklich wichtig ist. Das mit Ihnen herauszufinden, ist seit über 200 Jahren unsere Aufgabe. In unseren Finanzlösungen sind wir so individuell wie Sie. Alles beginnt mit Ihrem persönlichen Finanzplan. Unsere Finanzexperten analysieren Ihre gesamte Vermögenssituation. Klar ist, Sie können uns Ihr Vertrauen nur schenken. Deshalb nehmen wir uns viel Zeit, Sie persönlich kennenzulernen. Unser Ziel ist eine erfolgreiche und langfristige Partnerschaft. Dabei steht das Konzept im Mittelpunkt. Wir arbeiten nicht mit Verkaufstricks, sondern überprüfen regelmäßig, ob unsere Entscheidungen noch zu Ihrer Lebenssituation passen. Dabei ist es wichtig, immer wieder nachzuvollziehen, welche Risiken mit den persönlichen Erwartungen verbunden sind. Kapitalmarkt-Know-how und umfassende Lösungsvorschläge sind unsere maßgeblichen Stärken. Dabei verstehen wir uns nicht nur als konzeptioneller Berater, sondern auch als Risikomanager für Ihre Vermögensanlagen. Komplexe Zusammenhänge einfach darzustellen, ist unser oberstes Ziel. Eigens dafür haben wir ein Rendite-Risiko-Radar entwickelt, das den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko in der Vermögensstruktur grafisch veranschaulicht. Als unabhängige Privatbank fühlen wir uns ausschließlich einem verpflichtet, Ihren Zielen. Unsere Welt dreht sich um Sie.